An 6. Februar hat die Weltgesundheitsorganisation WHO stillschweigend den Abschlussbericht eines Prüfungsausschusses über die Vorschläge zur Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften IHR veröffentlicht. Die Kommission, die aus Vertretern einer größeren Anzahl von Mitgliedsländern der WHO besteht, lehnt eine Reihe von Vorschlägen ab, die darauf hinauslaufen würden, die Mitgliedsländer zugunsten der WHO zu entmachten. Es war dies der zweite Vorstoß der USA, nachdem ihre von der EU unterstützten entsprechenden Vorschläge im Mai 2022 auf der Weltgesundheitsversammlung abgelehnt worden waren. Die nicht-industrialisierten Länder hatten den gesundheitskolonialen Braten gerochen. Mit der Ablehnung durch die Kommission dürfte auch der zweite Versuch gescheitert sein. Es ist unwahrscheinlich, dass das oberste Entscheidungsgremium, die Weltgesundheitsversammlung, die vom Ausschuss abgelehnten Änderungen auf ihrer 76. Sitzung Ende Mai beschließt. Das ist allerdings erst ein halber Sieg, denn parallel läuft die Arbeit an einem WHO-Pandemievertrag mit ähnlicher Stoßrichtung. Und es gibt, vielleicht wegen des Scheiterns der IHR-Reform, eine neue perfide Initiative, die macht der WHO auf eine weichere, weniger merkliche Tour auszudehnen. Bloßgestellt ist damit die Medienlandschaft, die es mit Ausnahme von diesem und einer Handvoll weiterer Blogs weltweit nicht für nötig befunden hatte, über die geplante Verschärfung der wichtigsten internationalen gesundheitspolitischen Vorschriften und über den parallel betriebenen Abschluss eines WHO-Pandemie-Vertrages zu berichten. Besonders bloßgestellt ist die Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur, die nicht nur nicht darüber berichtete, sondern auch noch mehrmals Beiträge von Kritikern, die darüber berichteten, mit abwiegelnden Faktenchecks bedacht hatte. Dabei ging es zwar nur um den parallel betriebenen Abschluss eines WHO-Pandemie-Vertrags. Aber dessen Stoßrichtung und die Argumente der Kritiker dagegen überschneiden sich stark mit der geplanten Verschärfung der IHR, über die die PR und die allermeisten Medien bisher strenge Umärter gewahrt haben. Ausblick Während der maßgeblich von den USA betriebenen Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften durch den Kommissionsbericht die schärfsten autoritären Zähne gezogen sein dürften, laufen die Vorbereitungen für den Abschluss eines WHO-Pandemie-Vertrags weiter, für die ähnliche und zum Teil schlimmere Schritte in Richtung Gesundheitsdiktatur im Entwurf enthalten sind. Der Ausschussbericht macht Hoffnung, dass es auch hier Gegenwind geben wird. Nicht allerdings von unserer Bundesregierung, deren Gesundheitsminister nicht müde wird, den geplanten Pandemie-Vertrag zu loben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017